Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch! Und heute probiere ich etwas Urlaubshaftes und zwar super leckeres, total einfaches aus Ananas und zwar mache ich heute eine gesunde Pina Colada. Diese ist vegan und zuckerfrei und richtig lecker, richtig schnell gemacht. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für den leckeren und erfrischenden Pina Colada, ich liebe ja Pina Colada, braucht ihr folgende Zutaten, ganz wenige und zwar einmal eine frische Ananas. Diese schneidet ihr klein in kleine Stücke und gebt ihr über Nacht in einen Gefrierbeutel, lasst sie durchfrieren. Das gleiche macht ihr mit den Bananen, also wirklich sehr reife Bananen verwenden. Dann braucht ihr eine Dose Kokosmilch, da am besten Vollfett wählen, also zum Beispiel 90% Kokosextrakt und 30% Fettanteil. Dann wird das Ganze nämlich richtig schön cremig und die gebt ihr auch in den Kühlschrank über Nacht und dann bildet sich oben die Kokoscreme und unten das Wasser. Wir werden beides brauchen, aber das macht das Ganze dann richtig schön cremig und wir können noch eine Kokossahne als Topping daraus machen, das wird dann richtig schön. Dann braucht ihr noch ein bisschen Kurkuma, also das ist optional, wenn ihr es zu Hause habt. Ist erstens gesund, zweitens gibt es noch ein bisschen gelbe Farbe und drittens keine Sorge, man wird es nicht rausschmecken. So und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht. So, als allererstes gebe ich jetzt hier von der Kokoscreme, die sich oben abgelagert hat, die ist eben ganz fest, das kommt jetzt in meinen Mixer und dann mache ich erst einmal Kokossahne. Und hier sieht man jetzt, das ist jetzt das Kokoswasser, das hat sich jetzt zurückgebildet und davon gebe ich jetzt auch noch ein bisschen zu der Kokoscreme hinzu, damit dann die Kokossahne ziemlich schön fluffig wird. Und so ist jetzt die Kokossahne schon fertig, die ist jetzt richtig schön fluffig geworden und dafür nehme ich mir jetzt ein Teil weg und das kann ich dann später zum Dekorieren nehmen. Jetzt gebe ich noch das restliche Kokoswasser hinzu, dann kommt die Ahnach dazu, die gefrorenen Bananenstückchen, ein bisschen Kurkuma und dann wird das Ganze nochmal gemixt. Und so ist euer Piña Colada schon fertig gemixt. Jetzt könnt ihr das Ganze noch in schöne Gläser abfüllen, dann mit der Kokossahne dekorieren, ein wenig von Kokosraspeln drauf oder Kokoschips, dann noch ein paar schöne Strohhalme und fertig ist das Urlaubsfeeling. Und so schnell und einfach habt ihr leckeren Piña Colada selbst gemacht, ohne Alkohol. Das könnt ihr immer wirklich jederzeit genießen. Gesund, schnell und einfach, gute Fette drin, keinen zugesetzten Zucker, super. Und wenn es dann doch mal mit Alkohol sein muss, dann könnt ihr natürlich noch einen Schuss hineingeben, aber so könnt ihr das wirklich immer genießen. Hat was von Smoothie, da es schön richtig cremig und dick wird, also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte und wie immer, alle Mengenangaben schreibe ich euch auf meinen Blog auf, fraujanik.com, schaut dort vorbei. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob es euch gelungen ist und geschmeckt hat. Ich freue mich jedes Mal riesig, genauso wie die Fotos von euch, die ihr mir über Instagram schickt. Vielen Dank dafür. So, ich gehe jetzt bei der Hitze mich ein bisschen hier erfrischen. Es ist richtig heiß heute bei uns, deshalb kommt es genau richtig. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik. Tschüss, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.